Hallo, heute sind wir im Oceano Grafik Valencia. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben hier eine Familie von Belugas, die in 2003 aus dem Argentinien kamen. Nach der Krise, der Park, wo sie sich festgestellt haben, war, und die Tiere wurden hier in Valencia. 3 Jahre vorhin hatten wir ein Baby Beluga von diesen zwei Tiere, mit Kilu, die wir originally haben, weil die Mutter nicht sehr experienced war und in der Beginn war sie nicht able zu Wir haben ihn mit dem Handraßen und dann, nach sechs Monaten Handraßen, er hat ihn mit der Mutter angefangen. Es ist eine glückliche Familie, die hier mit uns leben. Wir hoffen, dass wir mehr Kinder in der Zukunft haben. Es ist eine glückliche Anerkennung. Die Beluga-Wales gibt uns eine unglaubliche Möglichkeit für die Beine, die seine Worte entwickelt, und wie er seine eigenen Vokabularie mit dem Mann verarbeitet hat. Wir haben einige Forschungen über Cardiac Ultrasound, Echolocation, Hearing Capacity, In-Mem System. Es ist eine unglaubliche Forschung für uns, zu haben eine Beluga-Baby-Bond in-House, in order zu lernen, wie möglich, und zu verhindern, den Impakt zu verhindern, dass es in wild populations, in denen viele Beluga-Babys verloren ist, durch die Flüchtlinge, durch die Flüchtlinge, durch die Flüchtlinge, durch die Flüchtlinge, durch die Pesticidee, die in einigen Städten, wo Belugas konzentrieren, wie in St. Lawrence, oder in Cooking Lent. Also haben wir die Möglichkeit, zu haben, die Tiere zu haben, zu sehen, wie sie sie entwickeln, und wie sie sie produzieren, und die Flüchtlinge zu leben. Das ist wichtig für uns, um zu verstehen, und zu beherrachten, die wilden Bevölkerung zu verstehen. Kilou und ihre Mutter, Jülka, sind unglaubliche Anzeichen für die Forschung. Sie arbeiten wirklich mit verschiedenen Projekten. Sie sind sehr gut trainiert für die Blut-Blockung, um zu bereiten, um zu bereiten, um zu bereiten, um zu estimieren, um zu verabschiedern, um zu verabschiedern, um zu beherren, zu beherren, und zu verabschiedern. So, es gibt viel, viel information, und eigentlich, scientific papers, zu verabschiedern, dank an diese Tiere zu verabschiedern. In der RTX 10N Beside all the scientific part and all the information that we can obtain from the animals here to protect and conserve our populations, one of the main goals, and I think actually the main goal for this kind of place is modern Suzer aquariums, provided that they can guarantee the welfare, ist, dass sie als ein Link zu einer modernen Gesellschaft, die mehr und mehr von der Natur ist, und dass sie die Belugas oder Penguins oder diese Tiere, die wirklich in need of Schutz brauchen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Menschen entdeckten mit der Presse der Tiere, die Menschen, die sie, die Menschen, die sie, die Menschen, sie, die Menschen, die Menschen zu unterstützen, weil sie die Menschheit, die sie zu verändern, weil sie die Menschen zu leben, nicht mehr zu halten. So, einer der Hauptsache die Asenografie ist, die Menschen, um die Dolphins, Belugas oder Penguins zu halten, ist, dass sie einen Linken mit der Gesellschaft, die nicht die Möglichkeit haben, zu sehen, in ihren naturalen Habitats, und die meisten nicht wissen, was eine Beluga ist, um die Veränderung zu bringen, und um ihre Inspiration zu protegen, die verschiedene Spezies, und die verschiedenen Habitats zu machen, um eine bessere Arbeit zu machen. Wir concentrationen in den grünen rageInnen calling and BL-E5 Katar und den bloody Sch mitschlag. Long live in B графik, und die sind Speech-Prot Пока, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.